Ja, ja, genau. Ja, und eigentlich ist das wirklich eklig. Vor allem, wenn du so ein Spiel startest, finde ich das voll eklig. Okay. Ja, alle! Schnauern. Wobei hier wäre ja das Perfekt für Airport, um da reinzukommen, ne? Ja. Aber ich glaube, er will nicht. Oder? Aber mir ist das egal. Ich komme ja... Toll. Boah, geht ja schon gut los. Äh, hatte ich nicht mehr davon gesammelt? Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Oh, was macht er jetzt? Nee, nee. Das war ich außer sehen. Ach so. Sorry. Nee, ich wollte den Hubschrauber markieren, aber ich merke, ich bin zu müde. Nee, nee, nee. Nee, nee. Das war ich. Nee, nee, das ist ja dann nicht schlimm, aber ich dachte, er macht die ganze Zeit so weg. Nee, nee. Äh, die letzte Kiste, da kriegen wir dann das Geld. Okay. Aber ist ja generell für die Gruppe immer gut. Ja, ja, genau. Oh, hier ist wieder das Telefon. Hast du da den Code bekommen vorhin? Ähm, als das so gepiept hat, ja. Also eine Karte habe ich einzeln gefunden, aber beim, äh, den Code habe ich für, da hat er auch gesagt, glaube ich, unter. Hm. Das habe ich noch nicht ganz geschnallt. LMG lokalisiert. Hm. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Boah, ich merke aber auch schon, dass ich langsam froh müde wäre. Oh, hier kommt ein Auto. Hast du geschossen? Nee. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Verbündete Drohne ist in der Luft. Verbündete Drohne gar nicht. Boah, er ist schon voll direkt weg. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Welche Drohne hatten wir? LMG lokalisiert. Verbündete Drohne ist in der Luft. Verbündete Drohne ist in der Luft. Luftschlag. Guck mal, der hat nur 8000 und hat den nach... Wartiges Fahrzeug. Oder er hat das da gefunden. Er war vielleicht im Bunker drinnen. Vorratskiste markiert. Paket sichern. Das kann sein. Dass er im Bunker war. Hm, ist denn der Bunker in der Nähe? Der ist doch eigentlich in der Nähe. Doch, hier ist auch ein Bunker. Auftrag aktualisiert. Es gibt mehrere Bunker so versteckt. Der Händler ist her, wenn er Geld hat. Ihr seid da oben schon? Geht nach oben. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach, das ist doch nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. ok ausschalten kann mit auftrag aktualisiert ein neues Zielobjekt wurde identifiziert Der Händler ist hier, wenn ihr Geld habt. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. MP entdeckt. Brauchst du noch Geld oder so? 200, wenn du hast. Danke. Hat er Geld angefordert? Ja, er will die Ausrüstungskiste für uns holen. Dann die Waffenkiste. Danke, aber fürs... Hä? Geiler Typ. Das machen sie alle, wenn du mit denen online spielst. Das hat mich auch erst voll verwirrt. Wo? Bin unterwegs. Du behältst deine Ausrüstungslieferung. Oh nein. Ich sehe Vorrisse. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitsstraune. Das ist mein Platz. Ich kann passagieren. Der ist raus. Hm. Hm. Feindliches Team verfolgt eine Position. Dein Teammitglied ist im Gulag, nur wer überlebt wird erneut eingesetzt. Ey, aber der versteckt sich hier die ganze Zeit. Scheiße, ich hab jetzt gar keine Kohle für ihn. Ich auch nicht. Kacke. Gerade hier, wo die Lieferung ist, ne? Ja. Na hoffentlich. Oh, da kommt ein Auto. Aber es fährt weg. Wollen wir auch ein bisschen mehr in die Zone rein? Ah, wir sind hier beim Einkaufswagen. Kacke ey. Alle in die Sicherheitszone, sofort. Vielleicht schafft das ja. Oh, du wärst gejagt. Ja. Teammitglied zurück. Oh, geil. Cool. Da tut sich was. Boah, ja. Ein Auto kommt. Oh. Pass auf, weil du schießt! Feindliches Fahrzeug. Feindliche Drohne über uns. Ach stimmt, jetzt kann er uns ja verraten, ne? Stimmt. Ich brauche Panzerung, falls jemand was findet. Hast du Panzerung für ihn? Ja. Hab ich ihn gegeben? Ja, Chef. He, he. Er macht richtig einen auf Chef, ne? Ja, echt. Ich brauche Großkaliber. Da bin ich. Großkaliber. Na eben soll er nicht rumspinnen. Ich brauche Großkaliber. Na brauche ich nicht. Ich brauche keinen Sniper. Kann er haben. Oh. Scheiße. Das ist auch so ein freies Feld, aber hier ist ein Auto wenigstens. Hm. Soll ich hinten bei der Tür ne Mine sicherheitshalber erstmal? Kann ich mal legen? Ah. Wann meinst du? Scheiße. Ich hab hinten. Ich glaub nicht. Wir sind feindlichen Verfolgern hat kommen. Gute Arbeit. Also ich hätte gedacht weiter, weißt du? Hm. Oder ist das doof? Oh ne. Hinter uns ist jemand. Hinter uns ist jemand. Wo hinter uns? Freunde in der Nähe! Da. Ja. Ist auch kackig jetzt warten, ne? Ja. Schwierig. Äh. Hier ist richtig kacke. Hm. Oh ja. Hier geradeaus. Stimmt. Da tut sich was. Ah. Die warten nur auf uns. Das ist aber erst die zweite Zone, oder? Wollen wir gucken. Oh. Sie müssen aber auch rüber. Ja oder wir fahren rechts rüber. Ja. Ja. Ich geh in die Richtung. Okay. Ne? Ja. Ja. Er hat ein Snipergewehr. Das ist ganz cool. Mhm. Ja. Aber je nachdem, ne? Hoffentlich kann er schießen. Mhm. Genau. Aber rein theoretisch, sie müssen ja auch rüberkommen, können wir sie abfangen. Von oben. Genau. Dann ein bisschen weiter nach oben, ne? Ja. Hier hin. Find's ja immer geil in Gebäude rein, weißt du? Oh, jetzt ballern die ordentlich. Oh, er ballert jetzt die ganze Zeit. Das Gas kommt. Boah, Clusterschlag. Unser Ziel ist eine Sicherheitszone. Wir müssen nur auf das Gebäude da hinten noch achten, ne? Oh nein. Das hier, ne? Was ist das? Ja, Dualshock ist fast leer. Kacke. Und? Unter uns ist es aber auch. Oh, meine Augen kann ich kaum noch offen halten. Ich geh in die Richtung. Ignoriert das. Gehen sie? Da hoch? Ah, da. Da tut sich was. Vergesst das. Da tut sich was. Oder? Sind sie da hochgegangen? Ja, also sie sind auf jeden Fall unten über die Straße darüber. Ja, er hat recht, da sind wir am höchsten. Wo? Da, wo er markiert hat, genau. Ist zwar eklig so. Ja, aber da sieht man auch mal wie die spielen, ne? Ja, alle so ein bisschen abgewichst. Nur abfangen. Genau. Ich geh mal hier ins Haus. Oh, ich seh sie aber alle gar nicht mehr. Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich hab ein Fahrzeug. Geiler Typ. Ich steig nicht ins Fahrzeug. Du? Nee, du wirst doch vielleicht weggeballert. Andererseits, wenn er fährt, wir können ja abspringen. Ich fahre. Los geht's. Versuch. Oh, er fährt ja wie ich. Boah. Geiler Typ. Hier ist das Boot. Ich freue mich sehr, dass sie das fährt. Ja. Boah. 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 Ja, war doch mal effektiv, ne? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich bin mir raus. Ich rieche raus. Ich rieche raus. Allein so mit einem Raketenwerfer. Geil Achtung, Drohnen treifst du nicht ab, zurück zur Basis zum Nachtanken. Letzter Einsatz wird vorbereitet, dein Fenster schließt sich schnell. Das Gas kommt näher, neue Sicherheitszone wird praktiert. Es sind noch 25 übrig, fast da draußen. Ich hab ihn. Geil. Ich kann ihn nicht heilen. Auch nicht. Nehme neue Positionen ein. Reiß dich zusammen, du krepierst schon nicht. Halt! Ich brauche Panzerung, falls jemand was findet. Hä? Wo sind seine Läschel hin? Das Gas nähert sich dir. Ich gehe in die Richtung. Wo haben die geballert? Oh, Vorsicht, André, da gehst du raus. Ja, nein. Oh. War heftig. Mit Cluster-Schlag kriegt man irgendwie keinen. Nee. Da oben scheint irgendjemand zu sein. Da tut sich was. Da ist auf jeden Fall einer. Oh, meine Hände wieder voll nass. Voll geil. Ja. Ja. Ich hab noch ne Munitionskiste. Soll ich die machen? Ist das Spezial-Munition? Soll ich die machen? Ja, nimm sie. Für dich. Das ist ja für dich. Dann hast du ein besonderes Magazin mit herderen Schuss. Ach, scheiße. Oh, oh. Hier, von hinten. Da tut sich was. Lebst du? Ich leb noch, ja. Aber der Typ nicht mehr, ne? Oh, ich hab keine Munition mehr, nee. Ja, der Typ muss hochkommen. Wer ist der tot? Unser Typ ist tot. Nee, ich mein hier der andere, der vor uns war. Das Gas verbreitet sich. Ja, ist hier ein bisschen weiter, Victor. Ja. Ja. Aber wir müssen hinter uns aufpassen. Du weißt, was zu tun ist. Oh, oh. Die beiden von eben sind noch über. Hinter uns? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich hab ne Mine mal da hingelegt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Nein. Scheiße. Das Gas kommt. Nein. Nein. Beende die Mission. Ja! Geil! Baby! Oh! Geil! Oh! Perfekter Abschluss! Oh! Damit hab ich ja jetzt gar nicht mehr gerechnet! Oh! Ich auch nicht! Oh! Geil! Oh! Geil! Wir sagen nix, Sammy! Ich lade es einfach hoch! Bock! Wie wir es geplant hatten, ne? So geil! Oh yeah! Und du? Richtig geil! Das war doch schön! Oh! 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 Geil! Oh! Sehr geil! Oh! Perfekt! Das war jetzt noch mal ne Überraschung, ne? Ja! Hab ich auch gar nicht mit gerechnet! Hä? Ich hab keinen gekillt? Hm? Ach, das war die Runde davor! Oh ja, 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 ja! Das war jetzt! Oh! Oh!